Hast du's noch? Ja, ich hab ja die T-Sicht drin, da kann ich nicht gescheit sehen mit der Sicht. Yo Leute, willkommen zurück zu Planet Z2 mit Sven und Maikus. Yeah! Und dem alljährigen Schneemannsuchen. Ich baue noch ein paar Schneemänner, weil ich letztes Jahr zu faul war, das Zeug zu machen. Mach ich das jetzt. Und wir suchen mal. Ich hab da auch eine Map, die tue ich Kanon, wo ich die hinspeichern und wissen, dass ihr die auch haben könnt. Da vorne ist einer. Ach, das ist eine. Oh ja. An der Map mal gucken, ob ich die aufgekündet habe, wenn du den wegstehst. Die sind dieselbe Stellen wie letztes Jahr, glaube ich. Ja, der zählt bei mir auch. Ich habe auf jeden Fall eine Map angefangen zu erstellen. Und dann weiß ich, wo sie stehen. Und dann weiß ich, wo sie stehen. Glaub ich, dass ich die noch aus dem Gerächtnis hinbekomme, wo die standen. Letztes Jahr so lange fahrst du mal ab und ich, boah, ich guck mal, ob so richtig das. Ja, aber das Problem ist, dass ich wieder lieber die bei der Route fliege. Der fliegt nämlich genau den Weg, den ich jetzt fahrt will. Ja, der tut wirklich genau das, was ich tun will. Sterben? Okay, ich such mir eine andere Route. Äh, wo sind wir denn gerade? Hat er eins weggeschossen. Bei Ellie. Ja, gut, jetzt fahrst du Richtung Yamir. Das sind auch nochmal vier Stück auf dem Weg hin. Ach so. Fahr am besten geradeaus. Bei mir. Ja, mir Biolab. Am besten nach der Bulwark. Die Bulwark, das sind zwei Stück an der Straße. Wenn ich die Map noch ein bisschen ausgebaut habe, dann kriegen es die Leute auch noch irgendwo hin gespeichert. Kann man irgendwo uploaden bestimmt. Google. Google oder Merlitten Darkshäuser auf die Homepage machen, dann kriegt ihr den Link für die Homepage. Der ist eh in der Videobeschreibung, dann könnt ihr darauf klicken. Ich weiß nicht. Existiert Schwinde nicht? Die existiert schon länger nicht mehr. Alter, Ellie. Oh, da kommt das Guide. Da passt doch. Mach weg. Ja, was denn? Ja, mit deiner Waffe. Kriege ich sie weg? Ja, ne, weißt du, ich sag, mach weg, weil du sie nicht treffen kannst. Weil ich Spaß dran hab, dich zu rollen. Ja, mach sie. Weil ich behindert, guckst du die Skype an, du hättest die, weil ich mit einem Magazin töten können, außer der Distanz. Echt? Ja. Okay. Aber sag, hey, da ist jetzt Skype und guck wieder weg. Normals haben die mich heute Morgen immer gekillt, deswegen. Ist ja auch rechts war eigentlich immer einer. Ne, da ist er nicht. Da ist noch einer drin, normalerweise aber der ist auch nicht da. Ja, sag aber, der ist nicht gerade da. Sky hat gerade da hinten nämlich wieder irgendwas geschossen. Ich bräuchte noch so ne scheiß Goldene, aber die habe ich heute gesagt, ich bin zwei Stunden heute schon rumgefahren. Goldene sind natürlich das Edelste des Edelsten. Ne, ich findest du so schnell nicht. Oh, Alter. Was machst du eigentlich, Markus? Markus kämpft davon in irgendeinem Infanteriekampf und weint. Was sinnvolles tun? Ne, ist ein Reaver. Ne, ist kein Infanteriekampf, das ist ein Infanteriekampf gegen Galaxy. So, jetzt gehst du mal nach, zu Jamias, das soll ja auch richtig, eigentlich viele sein. Oh, Alter. Wenn sie nicht weggemacht worden sind. Ich denke mir, wir suchen jetzt eine halbe Stunde oder so und dann gehen wir nach hinten. Der Fack. Wir können auch mit dem Harry ins Kampfgebiet reinfahren. Ich habe immer das Gefühl, dass bei anderen Fraktionen mehr zu holen. Ich, bestimmt. Das ist einfach mehr älter, weil du immer wieder kämpfst dazwischen. Deswegen kommt dir die Wartezeit nicht so lange vor. Ja, das kann auch ein bisschen. Welche Füße hast du da was oder welche? Welche Füße hast du da was oder welche? Ja, da noch mal ein Harry rum. Wie bitte? Nicht zur Wartezeit ist ein Erlösungswahn, dass du eine Scheiß-Galaxy die einfach alles wegficken. Du, du wickst dich einmal raus und bist tot. Battle of the Galaxy. Ja, links. Wo? Hast du's noch? Ja, ich habe ja die T-Sicht drin, da kann ich nicht gescheit ziehen mit der sich. Also, man kann auch mit T schießen. Mitte des Bildschirms übrigens, wenn du's hier. Du musstest dir nur denken. Nur eben. Denk. Mach ich nicht so gern. Kann ich mal Richtung einem Kampfgebiet fahren? Ja, hau mal rein. Ähm. Ich habe trotz. Ähm. Suchen habe ich heute Morgen. Äh. Relativ gute KD gehabt. Sogar positiv. Ich habe noch null da, Herr D. Ich hoffe nur, dass du es zählt mit dem goldenen Schneemann, wenn ich jemanden überfahre, weil dann im Kampfgebiet werde ich mir gleich mal als Zielsetzen ein paar Leute zu rapen. Äh. Ja. 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 Wäre aber auch cool, wenn du vielleicht kriegst du ne Kill Assist. Nee, bringt nix. Du musst selber fahren. Und wenn ich dann meine, meine Roadpills hab, kannst du ja von mir aus fahren, wenn du der Meinung bist. Ja, weil ich so lange überlebe. Ja. Wenn du der Meinung bist, du kriegst es hin, Harris hat es aber auch wieder nichts. Ja eben ohne Schucht Welcome es ist bis. Hier rechts rechts Schwebeck. Vor 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 hinterm Baum hinterm Baum. Da kann ich rechts. Ja. Das kann ich rechts. Das kann ich rechts. Das ist geil. Ja, wie die Treffenden. Gott, war unter ihr durchgüriert und zieht uns nichts. Oh, país geizt. Das ist richtig außerhalb von der Ranger komm ich nicht. Ich hab mich gerade. Ja, da ist jeder. Ja, der ist ja eher unschön. Willst du rappen gehen hinten? Jo, mach ich. Machst du gut. Ich bin immer mal Inchi, ne? Hab ich schon sehr beneihe, als du auch gesagt hast, ich wechsle mal auf Inchi. Aber jetzt kommt auch noch ne Lip. Ja, da kann ich keinen Schaden machen. Nein, und den McRider von uns auch nicht. Also, sterben wir? Wahrscheinlich. Ich bin rausgeschossen. Okay, ne Lip, ne McRider und zwei Skites. Nicht so cool. Musst du mir denn verreckt? Okay, wir sollten nicht zur Not fahren, glaub ich. Hat weh getan. Lass mal Terran Beale vor Crash sein. Jo. Ja, aber wir haben schon drei von fünf Stellen, ich hab schon gleich die erste Anweisung fertig von den vier. Ich hab neun von fünfzehn, dann hab ich die dritte schon fertig. Dann brauch ich einen Goldener und noch König der Lüfter, dann muss ich mal kämpfen für König der Lüfter. Ich hab hier Munition für dich. Gut. So, wo fahr ich denn jetzt hin? Mit irgendwo nicht so der Mega-A, da, 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 da ist der freitechnisch ganz okay und wir haben Gegnergebiet. Eins bis zwölf Gegner mit ausgeglichenen Freund-Gegner-Statistik sollte gut sein von der Harris-Erfahrt. Ja, dürften nicht so viele Luft-Dinger sein. Hä, ist der Wegpunkt noch in der Base drin? Ja, ist er. Ja, aber ich hab ihn noch hierhin gesetzt. Okay, neuer Versuch. Okay, da sind wir denn ein Sky-Links. Und das hat gerade einen Beaver geschaffen. Nein, es war ein Beaver. Nein, nein, da ist ein Sky-Links dran. Ah ja, das ist zu weit weg. Jede Kugel, die trifft, macht der Schaden. Wenn du triffst. Aber ich glaube, du triffst. Nein, die ist auch einer, die habe ich getroffen. Nein, mal habe ich getroffen. Du musst halt vorhalten. Ja, die Schneemänner kann ich auch gucken. Aber ich sehe trotzdem die Schneemänner meistens. Alter wie du. Und? Schneemann von uns. Oh, Goldner. Äh, bitte. Juhu, 5.000. Das ist der bei mir auch. 5.500 Punkte. Jawoll. Und ich hab die erste Vision, oder? Jo, ist klar. Und ich hab Ding. Alter, krass. Anweisungs-Update. Ich mach einfach instant den Goldenen. Juhu. Hab ich jetzt den Hut? Nee, hab ich noch nicht. Ich muss halt die neue Mission wieder auswählen. Ah, da reicht wieder ein Goldener, ne? Hol mal uns den nächsten, würde ich sagen. Na gut, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich hab ja schon einen. Ja doch, ich brauche noch Goldene. Die geben gut Punkte. Also ich hab jetzt die erste... Oh, McRider vor uns. Oh, cool. Jetzt hab ich aber die Position nicht aufgeschrieben, wo der war. Scheiße. Äh, soll ich den Wegpunkt draus setzen? Ja, ich kann jetzt nicht minimieren in der Aufnahme und es in der Map eintragen. So, du hast die Map am PC, oder was? Ja. Oh, fick dich doch, Skrider. Du hast den McRider genau hinter uns, okay. Okay, bleibst du? Ähm, Moment. Ja, jetzt werde ich überhitzt. Jetzt kommt noch mal ein Fucken, das ist geil. Geh mal ein... jetzt wird das geil. Ja, ich seh sie nicht. Jetzt seid ernst. Wie viel hat die noch? Äh, Hälfte. Ich sag ja, du kannst dich schon gut wegmachen. Ja. Also...